Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1 für die Fragestunde bis 15.10 Uhr für die Orientierung für Sie. Frage 1090, Herr Abg. Eckert. Ich frage die Landesregierung, welche Gründe gibt es für die geänderte Genehmigungspraxis bei Dauergenehmigungen für Schwerlasttransporte in Hessen? Sehr geehrter Herr Abg. Eckert, es gibt keine geänderte Genehmigungspraxis des Landes bei Dauergenehmigungen für Schwerlasttransporte in Hessen. Ich gehe davon aus, dass der Hintergrund Ihrer Frage ein Erlass meines Hauses vom 17.08.2017 ist, der die Erlaubnis- und Genehmigungsbehörden lediglich auf die hierzu bestehende Rechtslage des Bundes hinweist. Eine Rechtsänderung ist nicht erfolgt. Die Genehmigung von Schwerlasttransporten erfolgt nach den Vorgaben des Bundes, nämlich nach der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung. Diese wurde zwar in Teilen neu gefasst und ist zum 30.05.2017 in Kraft getreten, aber die Voraussetzungen zur Erteilung von Dauergenehmigungen für Schwerlasttransporte sind im Vergleich zur Altregelung im Wesentlichen gleich geblieben. Zusatzfrage, Herr Kollege Eckert. Herr Minister, herzlichen Dank für die Antwort. In der Tat sind die Schilderungen, aber insbesondere aus dem Transportgewerbe eine deutliche andere, dass sich für Sie erheblich was verändert hat in der Umsetzung, gerade auch im Vergleich zu Rheinland-Pfalz. Deswegen, was können Sie verändern, damit es diese Ungleichbehandlung, die jetzt im Moment besteht, im Vergleich zu den Nachbarbundesländern, für die hessischen Unternehmerinnen und Unternehmer nicht mehr stattfindet? Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Abgeordneter Eckert, das Problem war, dass im Rahmen von Dienstbesprechungen im Zusammenhang mit der neuen Verwaltungsverordnung zur Straßenverkehrsordnung bekannt geworden ist, dass die Erlaubnisbehörden vielen Spediteuren Dauererlaubnisse erteilt haben. Das war mit der Rechtslage, ich sage jetzt mal, eigentlich nicht vereinbar. Da Hessen Mobil darauf hinweist, dass wir gerade angesichts der Situation der Autobahnbrücken, der vielen Baustellen, die wir haben, weil wir ja viel sanieren und investieren, Dauererlaubnisse an dieser Stelle nicht angebracht sind, hat es sozusagen diese Klarstellung gegeben. Einmal erteilte Dauererlaubnisse für drei Jahre gelten bzw. galten weiterhin, die laufen dann in Anführungszeichen aber aus. Das ist sozusagen der Hintergrund dessen, was sich aus Sicht derjenigen, die fahren, verändert hat. Worüber wir nachdenken, ist die Frage, ob man an dieser Stelle gerade für diejenigen, die über mehrere Kreisgrenzen hinweg unterwegs sind, es hinbekommen kann, dass man die Anhörungsbehörde sozusagen auf Landesebene macht. Das bedeutet, dass die dann nicht mehr bei fünf verschiedenen quasi fragen müssen, sondern an einer Stelle. Aber es bleibt weiterhin die Situation, dass man vor allem bei den schweren Transporten, das geht ja bis zu 44 Tonnen, teilweise darüber hinaus sogar, bis 60 Tonnen, dass man an dieser Stelle es hinbekommt. Das wird man weiterhin so machen müssen, dass man sich die Situation jeweils anschaut, da wo es hingehen soll. Die Erteilung von Dauererlaubnissen aus meiner Sicht, jedenfalls solange wir noch nicht fertig sind mit allen Brückensanierungen, das wird noch eine gewisse Zeit dauern, nicht möglich ist. Zusatzfrage, Herr Linders. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister Al-Wazir, können Sie denn bestätigen, dass im Moment rund 3.500 bis 4.000 Einzelanträge auf Schwerlasttransporte bei Hessen Mobil vorliegen, die dann ja wohl einen zeitnahen Ablauf beziehungsweise zeitnahe Zusicherungen an die Kunden kaum möglich machen und können Sie sagen, wie Sie denn versuchen werden, diesen Stapel an Einzelanträgen dann abzuarbeiten? Herr Staatsminister Al-Wazir. Also ich kann Ihnen jetzt nicht mit Datum von heute sagen, wie viele Anträge da vorliegen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir nach meiner Erinnerung vor einem Jahr eine sehr, sehr lange Zeit hatten, bis solche Anträge beschieden werden konnten und das war ein sich selbst verstärkender Prozess. Man könnte auch von einem Teufelskreis reden, dass dann nämlich teilweise, weil es so lange gedauert hat, Firmen, die sich auf bestimmte Fuhren beworben haben, schon mal einen Antrag gestellt haben, gar nicht wissend, ob sie am Ende das abfahren werden und wir teilweise die Situation hatten, dass nach meiner Erinnerung bis zu sieben und acht Wochen gewartet werden musste. Wir haben darauf reagiert, indem wir zusätzliche Stellen bei Hessen Mobil in diesem Bereich umgesetzt haben. Teilweise externe Dienstleister mit ins Boot genommen haben, damit dort die Anträge abgearbeitet werden. Teilweise sogar auch das Teufelskreis, weil dann ständig angerufen wurden, waren die Mitarbeiter nur noch am Telefon und haben nicht mehr Anträge bearbeitet. Teilweise auch Anrufzeiten eingeschränkt wurden und nach meiner Erinnerung ist der Berg jetzt nicht nur abgearbeitet, deutlich niedriger. Bei unkomplizierten Anträgen gibt es sogar Genehmigungen innerhalb von ein, zwei Tagen inzwischen. Bei komplizierteren kann es noch ein bisschen dauern, wenn man Landkreise vor Ort fragen muss, wie die jeweilige Situation ist. Aber aus meiner Sicht ist es ja so, gelobt wird nie, geschimpft wird oft. Da seit langem keiner mehr geschimpft hat, müsste das Problem halbwegs im Griff sein. Zu der Frage, Herr Abg. Eckert. Herr Minister, die Schilderung von Ihnen, darf ich die so verstehen, dass tatsächlich die Veränderungen im Stellenaufbau von Hessen Mobil ein Grund dafür sind, dass die Genehmigungen, die beantragt werden, zu spät oder mit unklaren Zeiträumen jeweils erst genehmigt werden? Ist das der Hintergrund, warum Sie externe Dienstleister einstellen mussten? Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Eckert, der Hintergrund ist, dass wir eine wunderbar laufende Wirtschaft haben, eine wunderbar laufende Baukonjunktur und deswegen viel mehr transportiert wird. Wenn mehr transportiert wird, dann werden mehr Anträge gestellt. Das führt dann dazu, dass sich teilweise die Bearbeitungszeit verlängert. Das wiederum führt dazu, dass in Anführungszeichen pro forma Anträge gestellt werden, weil die Leute, wenn sie sich auf irgendwas bewerben, sicher sein wollen, dass, wenn der Zuschlag kommt, sie auch fahren können. So hat sich das aufgebaut und jetzt haben wir es wieder abgebaut. Die Frage ist nicht mehr zulässig. Ich frage die Landesregierung in Vertretung für die Abg. Förster-Heldmann. Wie unterscheiden sich die Förderkonditionen der neuen Richtlinie der Landesregierung zur Wohnraumförderung von der vorherigen Förderung? Frau Staatsministerin Hinz. Frau Abgeordnete, die Fördersätze wurden erhöht. Bei der Förderung geringer Einkommen erhöhen sich die Darlehen je Quadratmeter geförderter Wohnfläche von bisher 900 bis 1.600 € auf nun 1.100 bis 1.800 €. Gleichzeitig wurde der Finanzierungszuschuss von bisher 10 % des Förderdarlehens bei 25-jähriger Belegungsbindung auf 25 % angehoben. Bei der Förderung mittlerer Einkommen erhöhen sich die Darlehen je Quadratmeter von bisher 400 bis 1.100 € auf nun 1.600 € bis 1.300 €. Der Finanzierungszuschuss wurde von 10 % des Förderdarlehens bei 25-jähriger Bindung auf 20 % angehoben. Bei der Förderung studentischen Wohnens erhöhen sich die Darlehen in je Quadratmeter geförderter Wohnfläche von 1.200 € bis 1.700 € auf nun 1.400 € bis 1.850 €. Der Finanzierungszuschuss liegt dann bei 25 %. Bei der Bemessung der Darlehenspauschalen wird ab jetzt auch die Grunderwerbsteuer berücksichtigt. Die Fördermiete für die mittleren und geringen Einkommen wurden begrenzt. Bei geringen Einkommen darf keine höhere Miete als die ortsübliche Vergleichsmiete abzüglich 20 % vereinbart werden. Bislang betrug der Abschlag 15 %. Bei mittleren Einkommen darf keine höhere Miete als die Vergleichsmiete abzüglich 15 % vereinbart werden. Bisher betrug der Abschlag 10 %. Es ist jetzt möglich, einzelne Wohnungen privater Investoren zu fördern. Das war der Wohnungswirtschaft auch ein besonderes Anliegen. Bei Genossenschaften waren die Kosten für zu erwerbende Geschäftsanteile bisher auf die Höhe einer ansonsten anfallenden Kaution beschränkt. Diese Beschränkung ist entfallen. Die entstehenden Kosten müssen jedoch für die Zielgruppe angemessen sein. Bei der Modernisierung wurde die Verzinsung von 0,9 % auf 0,75 % reduziert. Die Studierendenwohnungen wurden erstmals in die Förderung für die Modernisierung aufgenommen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil Studierendenwohnheime sich ja auch schneller abwohnen. Erstmalig wird der Einbau von Fahrstühlen mit bis zu 40.000 € pro Aufzug gefördert. Das ist gerade im Hinblick auf barrierefreies Wohnen besonders wichtig. Für Modellvorhaben wird künftig ein Zuschlag in Höhe von 50 € je Quadratmeter Wohnfläche gewährt. Architektonische Wettbewerbe sind ebenfalls förderfähig. Der Zuschuss beträgt hierfür bis zu 50 % der Ausgaben, maximal 30.000 €. Zusatzfrage, Herr Kollege Siebel. Frau Staatsministerin, was hat Sie daran gehindert, in den Förderrichtlinien, die Sie eben vorgetragen haben, zu einer regionalen Ausdifferenzierung der Einkommensgrenzen zu kommen? Was es ermöglicht hätte, die Einkommensgrenzen für die Metropolen, beispielsweise für Frankfurt, entsprechend denen, wie sie in Hamburg und Berlin üblich sind, anzuheben? Frau Staatsministerin Hinz. Die Einkommensgrenzen sind bei uns gesetzlich festgelegt. Das ist mit einer Verordnung nicht zu ändern, wie Sie wissen, Herr Abg. Siebel. Das Gesetz zur sozialen Wohnraumförderung wird jetzt gerade evaluiert und zu Beginn der nächsten Wahlperiode wird es neu gefasst werden müssen, insofern auch geändert und wahrscheinlich werden dann auch doch die Einkommensgrenzen den neuen Erfordernissen auch wieder angepasst, weil nach fünf Jahren sich logischerweise hier auch neue Erkenntnisse ergeben. Danke schön. Die nächste Frage ist die Frage 1.006 und... Bitte? Das habe ich nicht festgestellt. Bitte schön, Herr Schmidt. Frau Ministerin, warum wurden denn die Förderrichtlinien nicht entpürokratisiert, zum Beispiel durch eine Generalklausel, mit der sichergestellt wird, dass bei geringen Abweichungen trotzdem eine Förderung möglich ist? Frau Ministerin. Herr Abg. Schmidt, diese Diskussion haben wir bereits im Ausschuss diskutiert. Es ist sichergestellt, dass bei geringen Abweichungen die Förderrichtlinien ebenfalls zum Tragen kommen. Jetzt habe ich keine Wortmeldungen vorliegen. Herr Kollege Casper, 1.096. Ich frage die Landesregierung, wurde ihr gegenüber bereits konkretes Interesse am neu aufgelegten Förderprogramm für die Aufstellung von Ladesäulen für Elektroautos auf Betriebsgelände bekundet, in dessen Rahmen 40 % der Investitionskosten erstattet werden und das einen Gesamtumfang von 3,5 Millionen € aufweist. Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abg. Casper, Elektroautos, die mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben werden, fahren nahezu klimaneutral und können damit einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz leisten. Unser Ziel ist daher, dass mehr Elektroautos sowohl privat als auch von Unternehmen genutzt werden. Wichtig dafür ist, dass auch die Ladeinfrastruktur kontinuierlich weiter ausgebaut wird. Unter dem Motto Strom bewegt, fördert das Land deswegen unter anderem wissenschaftliche Projekte, errichtet Ladestationen an öffentlichen Liegenschaften und schafft Anreize zur Nutzung von Elektrofahrzeugen. Nach Untersuchung der nationalen Plattform Elektromobilität finden 85 % aller Ladevorgänge allerdings zu Hause oder am Arbeitsplatz statt. Hier setzt unser neues Förderprogramm an, denn damit können jetzt auch Ladesäulen auf zugangsbeschränkten Firmengeländen gefördert werden. Das zweijährige Programm hat, wie Sie in Ihrer Frage schon darstellten, einen finanziellen Umfang von 3,5 Millionen €, von denen 1,5 Millionen € in diesem und 2 Millionen € im nächsten Jahr zur Verfügung stehen und 40 % der Ausgaben vom Land gefördert werden. Seit Beginn des Förderaufrufs im Juni 2018 gab es insgesamt rund 90 Anfragen. Bis Ende August wurden bereits 17 Anträge zur Förderung für Ladesäulen gestellt, die noch im Jahr 2018 errichtet werden. Damit werden 117 Normalladepunkte, das sind Ladepunkte mit einer Ladeleistung bis 22 Kilowatt und 20 Schnellladepunkte. Das sind Ladepunkte mit einer Ladeleistung von 50 Kilowatt noch in diesem Jahr errichtet. Von den 1,5 Millionen €, die im Jahr 2018 zur Verfügung stehen, wurden mit den genannten 17 Anträgen bereits rund 800.000 € gebunden. Weitere Anträge sind bereits angekündigt. Rund ein Viertel der Anfragen hat die Einreichung von Förderanträgen für 2019 angekündigt. Angesichts des großen Interesses und der für die kurze Laufzeit hohen Zahl an Anträgen ist daher auch für das kommende Jahr mit einer guten Auslastung des Förderprogramms zu rechnen. Keine weiteren Fragen? Dann kommen wir zur Frage 1.097, Herr Abg. Merz. Ich frage die Landesregierung. Welche Kosten sind dem Land Hessen durch die Einführung, Durchführung und Abwicklung von G8 in Hessen entstanden? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Herr Abg. Merz, durch die Einführung, Durchführung und Abwicklung von G8 in Hessen sind in der Tat Personalkosten eingespart worden. Denn im Abgleich mit G9 entstanden in der Einführungsphase von G8 zunächst Personalmehrkosten von 252,2 Millionen € für die Abdeckung des Grundunterrichts in den Schuljahren 2004, 2005 bis 2013, 2014. Nach Abbau der Doppeljahrgänge in der gymnasialen Oberstufe wurden hingegen bis einschließlich des laufenden Schuljahres Einsparungen im Umfang von 256,9 Millionen € erzielt. Somit weist die Gesamtbilanz bis zum Schuljahr 2018-19 Einsparungen für das Land Hessen in Höhe von ca. 4,4 Millionen € aus. Zusatzfrage, Herr Kollege Merz. Erst einmal herzlichen Dank für die Information. Aber ich hatte nicht nur nach den Personalkosten gefragt, Herr Minister, sondern insgesamt nach Kosten. Ich gehe davon aus, dass auch im Verwaltungsvollzug und im sächlichen Bereich Kosten entstanden sind. Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Das mag sein, Herr Abg. Merz, aber Sie sind auf jeden Fall im Nachhinein nicht mehr zu quantifizieren. Was die Verwaltungskosten anbetrifft, so wurde ja kein Buch geführt, nach dem Motto, wie viele Stunden jetzt Verwaltungsmitarbeiter neben sonstigen Arbeiten spezifisch mit der Frage G8, G9 beschäftigt waren. Deswegen ist das einfach im Nachhinein nicht nachvollziehbar. Was den sächlichen Bereich anbetrifft, so ist etwa bei der Frage neuer Lehrwerke oder in der Frage der Erstellung von G8-Curricula auch die Frage zu stellen, ob eine Novelle der G9-Curricula und Lehrwerke nicht ebenso aufwendig gewesen wäre. Das ist eine Sache von außerordentlicher Komplexität und ist einfach nicht valide zu ermitteln. Deswegen haben wir uns in der Tat auf die Angabe zu den Personalkosten beschränkt. Zusatzfrage, Frau Abg. Geis. Dann noch eine Zusatzfrage von Herrn Kollegen Merz. Herr Minister, was ist der gegenwärtige Stand von G8-Angeboten in Hessen? Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz. Ich muss das nicht aus dem Stand beantworten. Das verändert sich von Schuljahr zu Schuljahr, und ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht dabei. Ich komme zur Frage 1104, Frau Abg. Oetzke-Wenn. Wo sitzen Sie? Da. Ich frage die Landesregierung. Wie schätzt Sie die Chance ein, dass die Geschwindigkeit auf der sogenannten Stadtautobahn B3a in Marburg in den Abend- und Nachtstunden 18 bis 6 Uhr zwecks Lärmreduzierung auf Tempo 80 kmh beschränkt wird? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abg. Oetzke-Wenn, Hessen Mobil hat im vergangenen Jahr auf Grundlage der aktuellen Verkehrszahlen aus der Straßenverkehrszählung 2015 eine detaillierte Lärmberechnung für die B3a im Bereich Marburg anfertigen lassen. Aus dieser Lärmberechnung geht hervor, dass im Bereich der Kappeler Straße in Marburg an sieben Mehrfamilienhäuser Emissionspegel von bis zu 62 dBA in der Nacht auftreten. Der maßgebliche Bundesrichtwert von 60 dBA für Wohngebiete wird damit überschritten. Zudem verläuft in unmittelbarer Nähe zur B3a im Bereich der Kappeler Straße die zweigleisige Eisenbahnstrecke Gießen-Marburg. Laut Lärmkartierung des Eisenbahnbundesamtes stellt der Schienenverkehr mit nächtlichen Pegelwerten von mindestens 70 dBA den maßgeblicheren Anteil am auftretenden Gesamtlärm dar. Bei einer zusätzlichen Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 kmh auf der B3a in Marburg in der Nacht würde die effektive Gesamtlärmminderung laut der Berechnungen deshalb lediglich 0,3 dBA betragen. Die Berechnungen haben ergeben, dass diese Pegelminderung von den betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern nicht mehr als Entlastung wahrnehmbar wäre. Stichwort, sozusagen direkt daneben verlaufende Schienenstrecke. Demnach wäre eine lärmschutzbedingte Geschwindigkeitsreduzierung von 80 kmh leider rechtlich auch nicht begründbar. Die Fachabteilung in meinem Haus ist daher an die DB Netz AG mit der Bitte herangetreten, eine schienenseitige Lärmsanierung für den Bereich der Kappeler Straße in Marburg zu prüfen. Eine schalltechnische Untersuchung wurde von dort bereits beauftragt. Erste Ergebnisse sollen Ende des Jahres vorliegen. An dieser Stelle möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass wir 2015 per Erlass die erforderlichen Richtwerte zur Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen in Hessen abgesenkt hatten. Leider mussten wir diesen Erlass nach einer Intervention des Bundesverkehrsministeriums im Jahr 2016 wieder zurücknehmen. Unser Beschlussvorschlag auf der Verkehrsministerkonferenz im April 2018, bei dem wir eine bundesweite Absenkung der Lärmschutzrichtwerte für Gebiete mit zulässiger Wohnnutzung gefordert haben, ist leider an der fehlenden Zustimmung anderer Bundesländer gescheitert. Dann komme ich zur Frage 11.05, Herr Abg. Rock. Ich frage die Landesregierung, ist es richtig, dass sich Bürger an zahlreichen Windkraftstandorten seit Jahren über Lärmbelastung beschweren und die Landesregierung seit mindestens drei Jahren davon Kenntnis hat, dass in der Realität Lärmemissionen vielfach höher sind, als in den Genehmigungsverfahren unterstellt wurde? Frau Ministerin Hinz. Herr Abg. Rock, im Rahmen der Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen ist es in Hessen üblich, dass hinsichtlich der zulässigen Lärmemissionen zu den prognostizierten Werten immer auch ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor berücksichtigt wird. Tatsächlich gehen nach Inbetriebnahme nur wenige Beschwerden über Lärmemissionen bei den Regierungspräsidien ein. Eine telefonische Abfrage, die wir aufgrund Ihrer Frage durchgeführt haben, hat ergeben, dass es seit 2017 hessenweit ca. 20 Beschwerden über Lärmbelästigung beim Betrieb von Windenergieanlagen gab. Dieser Wert darf bei über 1.100 Anlagen sicherlich als gering bezeichnet werden. Dessen ungeachtet werden in den nächsten Monaten alle Anlagen, bei denen die Lärmemissionen nach einem früheren Prognoseverfahren ermittelt wurden, hinsichtlich der Lärmemissionen noch einmal überprüft, entweder durch Messung oder durch Neuberechnung. Der Hintergrund ist folgender. Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft für Emissionsschutz, kurz LAI, genannt, hat ihre Hinweise zum Schallemissionsschutz bei Windenergieanlagen evaluiert und überarbeitet. Nach der Evaluierung wurde auf der Sitzung der LAI im September 2017 die neuen Hinweise zum Schallemissionsschutz bei Windenergieanlagen verabschiedet und zur Anwendung empfohlen. Die Umweltministerkonferenz hat daraufhin auf ihrer Sitzung im November 2017 der Veröffentlichung zugestimmt. Am 22. November 2017 hat das Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz die Regierungspräsidien per Erlass darüber informiert. Zusatzfrage, Herr Abg. Rock. Frau Ministerin, wird in diesem Erlass differenziert, welche Anlagen überprüft werden oder nicht? Oder habe ich Sie richtig verstanden, dass alle Anlagen überprüft werden? Frau Ministerin Hinz. Es wird natürlich nach einer Priorisierung im Moment vorgegangen bei den bestehenden Anlagen. Und zwar wird dort als erstes überprüft, wo es Beschwerden gibt. Zusatzfrage, Herr Rock. Also, es ist sichergestellt, dass Sie alle, auch die Bestandsanlagen in Hessen, überprüfen. Frau Ministerin. Also, die Bestandsanlagen werden entweder überprüft oder es werden neue Berechnungen gemacht. Und die neuen Anlagen werden sowieso auf Grundlage dieses Erlasses und der Erkenntnisse der LAI sowieso neu berechnet. Zusatzfrage, Herr Abg. Warnecke. Frau Staatsministerin, ich darf Sie fragen, was sind denn die Parameter dafür, dass berechnet wird? Und was sind die Parameter dafür, dass gemessen wird? Frau Ministerin Hinz. Ach, du liebe Zeit, Herr Abgeordneter. Das, glaube ich, muss ich Ihnen nachreichen, weil ich bin nicht die zuständige Sachbearbeiterin dafür. Ich kann Ihnen nur erklären, was der Unterschied ist zwischen dem alten und dem neuen Prognoseverfahren, wenn Sie das interessiert. Das liegt nämlich daran, dass aufgrund der immer höher werdenden Anlagen, die Narbenhöhe sind ja bei den neuen Anlagen ca. 150 m, die Bodendämpfung nicht mehr eingerechnet wird und eine frequenzabhängige Berechnung erforderlich ist. Und insofern gibt es neue Prognosen, was die Bodendämpfung angeht und die alten Anlagen werden daraufhin überprüft und im Wesentlichen wird es so sein, dass die hohen Anlagen, die schon im Bestand sind, eventuell neue Ergebnisse zeitigen, aber es ist so, dass die Behörden uns mitgeteilt haben, dass es, falls es zu Überschreitungen kommt, vor allen Dingen in der Nachtzeit, es ausreichen wird, einzelne Anlagen leistungs- und schallreduziert zu betreiben. Eine Abschaltung der Anlagen ist in der Regel nicht erforderlich, so nach Aussage der Fachbehörden. Und am Tage beträgt der Emissionsrichtwert im allgemeinen Wohngebiet 55 dBA. Da sagen die Fachbehörden, dass da voraussichtlich überhaupt keine Konsequenzen notwendig sind. Frau Ministerin, können Sie uns den Aufschluss darüber geben, ob es einen regionalen Schwerpunkt für die Beschwerden gibt, oder sind die normal verteilt über Hessen? Frau Ministerin Hinz. Die Information liegt mir leider nicht vor. Die könnte ich Ihnen schriftlich auch nachreichen. Wir kommen zur Frage 1.011.07. Herr Kollege Reul. Welche sind die zehn Kommunen, die seit 2010 in besonderer Weise finanziell, absolut und pro Einwohner von den Entschuldungs- und Investitionsprogrammen der Landesregierung profitiert haben? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Herr Präsident. Herr Abgeordneter Reul. Die Frage, die finanziell entsprechend profitiert, in der Tat ist zu differenzieren in absoluten Beträgen als auch in der Fragestellung pro Einwohner. Ich habe um den Umfang der Zahlen, die ich Ihnen jetzt im Rahmen der Fragestunde vortrage, es auf die Summen beschränkt. Wir haben jeweils zusammen addiert die Entschuldungssummen aus dem kommunalen Schutzschirm, der Entschuldung aus der Hessenkasse und den beiden Kommunalinvestitionsprogrammen 1 und 2, wobei wir jeweils die Bruttosumme unter Einschluss der jeweiligen Bundesmittel- und Kommunalanteile aufführen. Damit ist der Hauptprofiteur die Stadt Offenbach, die Herren Al-Wazir und Grüttner wird das besonders freuen, mit einer Gesamtsumme von 800, das notiert jetzt das Protokollbeifall, ein einzelner Beifall aus Frankfurt, 828,7 Millionen Euro, Platz 2, ebenfalls in der Region der Landkreis Offenbach, mit 761,7 Millionen Euro, Platz 3, die Stadt Darmstadt, 482,1 Millionen Euro, Platz 4, Kollege Weiß wird sich freuen, der Rheingau-Taunus-Kreis, 467,4 Millionen Euro, der Innenminister freut sich mit, Platz 5, der Landkreis Groß-Gerau, 415,5, Platz 6, die Stadt Kassel, 358 Millionen Euro, Platz 7, die Stadt Rüsselsheim, 337,4, Platz 8, der Main-Kinzig-Kreis mit 335,7, Platz 9, der Landkreis Gießen, 277,7 und Platz 10, der Landkreis Kassel, knapp dahinter mit 274,3. Wenn Sie das auf die Einwohner herunterrechnen, ergibt sich ein etwas differenzierteres Bild, ungeschlagener Spitzenreiter ist weiterhin die Stadt Offenbach mit 6.651 Euro pro Einwohner. Da gibt es Kausalzusammenhänge zwischen besonders Pleite und dementsprechenden Beträgen, in der Tat, Herr Kollege Al-Wazir. Auf Platz 2 folgt dann die Stadt Bad Karlshafen mit 6.126 Euro pro Einwohner, Platz 3, die Stadt Rüsselsheim mit 5.270 Euro pro Einwohner, Nummer 4, Stadt Bad Soden-Allendorf mit 4.826 Euro, Platz 5, die Stadt Spangenberg, 387 Euro pro Einwohner, Platz 6, die Stadt Trendelburg mit 3.816 Euro pro Einwohner, die Gemeinde Neuental folgt auf Platz 7 mit 3.538 Euro pro Einwohner, auf Platz 8, der Landkreis Offenbach mit 3.247 Euro, Platz 9, die Gemeinde Löhnenberg mit 3.237 Euro und auf Platz 10, die Stadt Darmstadt mit 3.062 Euro pro Einwohner. Wünscht dazu noch jemand eine Zusatzfrage? Ich frage die Landesregierung, welche Schritte sind eingeleitet, um zeitnah die Dezernentenstelle für berufliche Schulen im staatlichen Schulamt Bergstraße-Odenwald mit einer fachadäquat qualifizierten Person zu besetzen? Herr Kultusminister. Frau Abg. Hartmann, für die Besetzung der genannten Stelle waren und sind, wie bei allen Stellen, verschiedene Optionen denkbar. Insbesondere kommt da immer neben oder statt einer Ausschreibung eine sogenannte Personallenkungsmaßnahme in Frage, also quasi eine interne Verschiebung von Personal. Das wurde auch im vorliegenden Fall abgeprüft, abgestimmt und zwischenzeitlich eine Lösung über den Kooperationsverbund in die Wege geleitet. Diese Lösung sieht vor, dass eine erfahrene Aufsichtsbeamtin eines benachbarten Schulamtes im Rahmen einer Teilabordnung die vier beruflichen Schulen des Staatlichen Schulamtes Heppenheim mit beaufsichtigt. Sie wird durch die auch bislang schon ans Schulamt Abgeordnete stellvertretende Schulleiterin und weitere Abgeordnete Berufsschullehrkräfte unterstützt. Im Übrigen war die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Berufsschulaufsicht des Schulamtes Heppenheim auch vor dieser Personalmaßnahme durchgängig abgesichert. Denn hierfür standen in unterschiedlichen Umfängen eine Dezernentin, die Abgeordnete stellvertretende Schulleiterin sowie zwei Abgeordnete Berufsschullehrkräfte zur Verfügung. Das ist beantwortet. Ich darf kurz unterbrechen und sagen, dass heute die Frau Staatsministerin Hinz, als die zuständige Landwirtschaftsministerin, für die Landesregierung die Erntekronen der Landjugend erhalten hat und der Landtag auch. Die steht unten. Die Landjugend ist auf der Tribüne. Herzlich willkommen, der Landjugend Hessen. Frage 1109, Herr Abg. Bauer. Ich frage die Landesregierung. Welche Resonanz gibt es auf das Schwimmbad-Investitionsprogramm SWIM? Herr Minister, es ist innen und für Sport. Herr Abgeordneter Bauer. Bereits unmittelbar nach der Bekanntgabe der Planungen zur Auflage des neuen Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramms, kurz SWIM, genannt, am 07.09.2017 erreichte das Hessische Ministerium des Inneren und für Schwimmen eine Vielzahl von Anfragen zum Förderprogramm. Mit Veröffentlichung der Förderrichtlinien am 29.05.2018 konnte abermals ein Anstieg an Anfragen verzeichnet werden. Mit Bezug auf die Förderrichtlinien werden inzwischen detaillierte Fragen zur Antragsberechtigung und dem Antragsverfahren gestellt. Mit Stand 31.08.2018 liegen inzwischen 41 konkrete Anmeldungen zur Aufnahme in das Förderprogramm vor. Diese beziehen sich auf die beabsichtigte Maßnahme für 2018 bis 2022. Mit jeweils fünf Anmeldungen stammen bisher die meisten Anmeldungen aus dem Main-Kinzig-Kreis und dem Werra-Meißner-Kreis. Die angemeldeten Vorhaben unterscheiden sich inhaltlich und insbesondere hinsichtlich des geplanten Investitionsvolumens erheblich. Von rund 30.000 € für eine Sanierungsmaßnahme bis hin zu rund 43 Millionen € für eine Neubaumaßnahme bei den geschätzten Gesamtkosten. Für das neu aufgelegte Förderprogramm für Hallen und Freibäder lässt sich schon jetzt eine äußerst hohe Resonanz feststellen. Die angemeldeten Vorhaben umfassen insgesamt ein Investitionsvolumen von rund 144,7 Millionen €. Hierbei wurden bereits jetzt Landeszuwendungen von knapp 25 Millionen € beantragt. Aufgrund der bekannten Voranfragen ist mit weiteren Anmeldungen zu rechnen. Herr Kollege Bauer, Zusatzfrage. Herr Minister, können Sie aus Ihren verfügbaren Unterlagen entnehmen oder mir gegebenenfalls nachreichen, ob denn der Kreis Bergstraße schon ein entsprechendes Projekt gemeldet hat? Herr Sportminister. Einzelprojekte habe ich hier nicht dabei, aber die kann ich natürlich nachreichen. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Sehr geehrter Herr Minister, mit welchem Volumen rechnen Sie dann am Ende? Sie haben 147,5 Millionen € genannt, die im Moment wohl offenkundig in der Beantragung sind. Wie viel schätzen Sie dann, werden nachher am Ende von Ihnen bezuschusst werden können? Gibt es da irgendeine Zahl, die Sie benennen können? Herr Minister. Die knapp 150 Millionen € sind das Gesamtvolumen der Maßnahmen, die jetzt im Moment angemeldet sind. Jetzt muss man gucken, wie das Fördervolumen am Ende aussieht. Das ist jetzt im Moment bei 24. Wir haben insgesamt 50 Millionen € im Topf. Ich sage jetzt mal, das ist für die nächsten vier Jahre. Ab 2019 kann auch Geld fließen. Wir sind ja 2018 jetzt noch in der entsprechenden Beantragung, Priorisierung. Ich gehe davon aus, dass die 50 Millionen € am Ende ausgeschöpft werden. Es obliegt dann dem Hessischen Landtag zu überlegen, ob er noch weitere Überlegungen dazu treffen muss. Aber ich gehe davon aus, dass die 50 Millionen €, die wir angelegt haben, in der Tat auch ausgeschöpft werden. Zusatzfrage, Frau Kollegin Hartmann. Ich frage die Landesregierung. Können von dem SWIM-Programm auch ehrenamtlich geführte Trägervereine profitieren? Herr Innenminister. Frau Abgeordnete, so ist es. Es ist die Zuwendungsempfänger. Können Landkreise, Städte, Gemeinden, deren öffentlich-rechtliche Unternehmen sowie Zweckverbände und darüber hinaus auch gemeinnützige Sportverbände und Vereine sowie Fördervereine sein? Das finden Sie auf der Seite 3 der Richtlinie. Dort sind die Zuwendungsempfänger auch benannt. Vielen Dank. Ich rufe auf die Frage 1110. Herr Abg. Bauer. Ich frage die Landesregierung. Welche Zwischenbilanz kann sie hinsichtlich der Sicherheitsinitiative KOMPASS ziehen? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, nach Einführung der Präventionsinitiative KOMPASS am 6. Dezember 2017 in den Modellkommunen Bad Homburg, Schwalbach am Taunus, Hanau und Maintal wurden durch die KOMPASS-Berater der zuständigen Polizeipräsidien in enger Abstimmung mit den jeweiligen Kommunalverantwortlichen bereits erste Maßnahmen initiiert. Nach einer erfolgreichen Pilotphase entschied das Hessische Ministerium des Innern Ende Mai 2018, das Programm allen hessischen Kommunen anzubieten und schaffte dafür zusätzliche Stellen, um die Präventionsarbeit der Polizei im Rahmen von KOMPASS weiter zu stärken. Bereits heute nehmen sieben Städte und Gemeinden in Hessen an KOMPASS teil, um die Sicherheit und vor allen Dingen auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen zu stärken. 17 neue Kommunen haben bereits eine Zusage erhalten und werden zeitnah in das Programm aufgenommen. 66 weitere Städte und Gemeinden haben ihr Interesse am kommunalen Sicherheitsprogramm des Ministeriums bekundet. Gemeinsam erreicht die Gesamteinwohnerzahl möglicher KOMPASS-Kommunen somit bereits ein Drittel der Bevölkerung Hessens. An den bis zum 28. August 2018 insgesamt acht hessenweit durchgeführten Regionalkonferenzen, in denen das hessische Innenministerium und die Polizei über die Sicherheitsinitiative des Landes informiert hatte, haben mehr als die Hälfte aller hessischen Kommunen genau 224 teilgenommen. Fazit für mich ist, die Sicherheitsinitiative KOMPASS hat sich bewährt und wird in Zukunft fortgesetzt. Zusatzfrage, Herr Abg. Warnecke. Sehr geehrter Herr Staatsminister, dazu auch eine Nachfrage. Ist es erforderlich, im Rahmen des KOMPASS-Programms den Freiwilligen Polizeidienst, den sogenannten, wieder einzuführen? Herr Innenminister. Nein, Herr Abgeordneter, es ist nicht erforderlich, dass der Freiwillige Polizeidienst eingeführt wird, aber es ist ein Instrument, ein Werkzeug, was durchaus vor Ort als Unterstützung der Sicherheitsinitiative aufgenommen werden kann. Also, es ist nicht zwingend erforderlich, aber es ist möglich, in diesem Rahmen eben auch den Freiwilligen Polizeidienst einzuführen. Zusatzfrage, Frau Abg. Faeser. Herr Innenminister, es war zu lesen in der Zeitung von dem stellvertretenden Polizeipräsidenten in Nordhessen, dass die Kommunen auch einen finanziellen Beitrag dazu leisten müssten. Wie hoch ist der jeweils? Herr Innenminister. Der Beitrag, den die Kommunen leisten müssen, der ist beim Freiwilligen Polizeidienst zum Beispiel konkret benannt. Da gibt es ja entsprechende Richtlinien, die habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, die Aufwandsentschädigung wird durch die Kommune gemacht und die Ausbildung usw. wird durch uns gemacht. Aber da legen Sie mich jetzt bitte nicht fest, aber das ist, meine ich so, bei der Frage, zum Beispiel ist auch nur ein Instrument, wäre Videoüberwachung. Auch hier ist zunächst einmal die Kommune bei den kommunalen Videoüberwachungen gefragt. Wir leisten dort eben einen entsprechenden Beitrag durch finanzielle Unterstützung bis zu einer Höhe von zwei Drittel, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sodass natürlich bei den unterschiedlichen kommunalen Maßnahmen, die im Rahmen des Sicherheitsprogramms gemacht werden, die Kommune durchaus eigene finanzielle Mittel dort mit einbringen muss. Aber das ist doch selbstverständlich, wenn es zum Beispiel zur Verbesserung der Sicherheit das Thema Sauberkeit und Ordnung eine Rolle spielt, dann ist sowieso die Kommune diejenige, die verantwortlich ist. Insofern ist es nicht so sehr eine Frage der finanziellen Mittel, übrigens auch nicht auf der Seite des Landes, sondern es ist vor allen Dingen ein Vernetzungsprojekt zwischen der Kommune und den Kommunen und der Landespolizei, zwischen den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, den Organisationen und Verbänden, die alle gemeinsam einen Beitrag für mehr Sicherheit leisten können, wenn sie noch enger und vernetzter zusammenarbeiten. Und insofern ist es weniger eine Frage des Geldes, insgesamt weniger eine Frage des Geldes, sondern mehr eine Frage der Vernetzung, der Zusammenarbeit, der Kooperation und Koordination. Jetzt kommt der Herr Fragesteller, Herr Bauer, nochmal. Herr Innenminister, gibt es zu diesem bundesweit einmaligen Präventionsprojekt Made in Hessen mittlerweile Anfragen aus anderen Bundesländern, wie das ganze Konzept aufgesetzt ist und vielleicht Interesse, das auch nachzuahmen? Herr Innenminister. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich hatte letzte Woche Gelegenheit, hier in Wiesbaden meinen Kollegen der Union bei den Innenministern das Konzept vorzustellen. Ich kann Ihnen sagen, das Interesse war sehr, sehr groß. Inwieweit das übernommen wird, werden wir in Zukunft sehen. Aber das Interesse an dem Projekt, an dem KOMPASS-Programm, war, wie gesagt, sehr, sehr groß. Wir kommen zur Frage, Herr Kollege Warnecke, das ist die Schnappszahl der Periode 1.111. Lieber Herr Präsident, ich glaube, die Frage ist auch angemessen. Handelt es sich bei der zu beobachtenden Zunahme von Grünstreifen im Asphalt von Landesstraßen und überregionalen Radwegen um ein ideologisches Projekt der schwarz-grünen Landesregierung? Herr Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Warnecke, Sie haben einen sehr besonderen Humor. Das hat dann auch zur Schnappszahl geführt. Ich habe ja schon mehrfach über den Zustand des hessischen Landesstraßennetzes hier informiert, auf Fragen von Ihnen. Daher dürfte auch Ihnen bekannt sein, dass sich bei der letzten Straßenzustandserfassung im Jahr 2016 21 % des Landesstraßennetzes in einem sehr schlechten Zustand befanden. Deshalb hat die Landesregierung mit der Sanierungsoffensive 2016 bis 2022 ein umfangreiches Projekt zur stetigen Verbesserung des Zustands der Landesstraßen in Hessen in Angriff genommen. Uns ist es gelungen, den Erhaltungsanteil von 72 % im Jahr 2014 auf über 85 % geplant, im Jahr 2019 zu steigern. Weiterhin haben wir im Doppelhaushalt 2018-19 die Mittel für den Landesstraßenbau auf 110 Millionen in 2018 und 120 Millionen in 2019 erhöht. Zum Vergleich, im letzten Jahr, der letzten Legislaturperiode, also 2013, waren es nur 86,5 Millionen Euro. Merkmale einer ausgeprägten Weltanschauung vermag ich bei all dem nicht zu erkennen, es sei denn, sie halten Vernunft für Ideologie. Zusatzfrage, Herr Kollege Warnecke. Lieber Herr Staatsminister Al-Wazir, ich habe Sie also richtig verstanden, dass Sie sich als Mitglied der GRÜNEN dezidiert dagegen aussprechen, dass mehr Grün in den schwarzen Asphalt kommt. Herr Minister. Also es mag sein, dass man vielleicht innerorts aus Gründen der farblichen Gestaltung von Wegen dazu kommt, auch Asphalt mit Farben zu versehen. So etwas gibt es ja manchmal. Aber wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass ich dafür wäre, dass man sozusagen zwischen Asphalt Rasen wachsen lässt, dann kann ich Ihnen sagen, dann gilt das für Rasengittersteine. Das ist übrigens aus Gründen der Versickerung manchmal angebracht, aber für Landesstraßen nicht. Wir kommen zur Frage 11.12. Herr Kollege Warnecke. Ich darf Sie, Herr Al-Wazir, fragen, wie groß ist die Fläche im Lande Hessen, innerhalb derer die Mobilfunkversorgung schlicht nicht vorhanden ist? Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Herr Warnecke, der Landesregierung liegen leider keine Angaben über weiße Flecken beziehungsweise Funklöcher nach Fläche vor. Nach Fläche. Das liegt unter anderem daran, dass die Geschäftsmodelle der Mobilfunkbetreiber auf die Versorgung der Haushalte ausgerichtet sind und sich nicht an der Fläche orientieren. Die genaue Differenzierung der Versorgungsdaten unterliegt zudem den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen der Mobilfunkbetreiber ist daher nicht regional verfügbar. Laut aktueller Information des TÜV Rheinland gehört Hessen allerdings mit einer LTE-Versorgungsquote von 97,8% der Haushalte zu den bestversorgten Flächenländern. Für eine noch bessere Versorgung im Bereich Mobilfunk, vor allem im ländlichen Raum, haben wir im Rahmen des Digitalisierungskabinetts am 20. August 2018 ein Förderprogramm zur Errichtung von bis zu 300 neuen Mobilfunkstandorten mit einem Volumen von 50 Millionen € beschlossen. Wir stehen kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung mit den Mobilfunkbetreibern, auf deren Basis in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Vielzahl weiterer Mobilfunkstandorte in Hessen marktgetrieben errichtet werden. Gerade erst gestern habe ich auf dem Biedenkopfer Marktplatz die erste digitale Dorflinde gepflanzt. Mit diesem Förderprogramm stellt die Landesregierung bis Ende 2019 2 Millionen € bereit. um an geeigneten öffentlichen Plätzen zum Beispiel Rathäusern oder touristischen Anziehungspunkten WLAN-Hotspots einzurichten. Das ist zwar kein Mobilfunk, aber auch sozusagen eine mobile Versorgung, in diesem Fall mit Internet. Sie sehen, wir arbeiten daran, dass wir die weißen Flecken, die unversorgten Gebiete Schritt für Schritt reduzieren. Ich bin sehr sicher, dass wir dann in den nächsten Jahren einiges erreichen werden. Herr Kollege Warnecke. Lieber Herr Minister Al-Wazir, habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass die Mobilfunkbetreiber nicht in der Lage sind, Ihnen mitzuteilen, bis wohin ihre entsprechenden Sendeleistungen reichen und damit, wo die weißen Flecken sind, die sich ja nicht nur bei Haushalten als Problem erweisen, sondern beispielsweise möglicherweise auch beim Digitalfunk, um entsprechende Funkverbindungen herzustellen und zu halten. Also, die sind nicht in der Lage, Ihnen das mitzuteilen, sind aber erpicht darauf, Landesgeld zu bekommen, um Lücken zu schließen. Herr Minister. Herr Warnecke, vielleicht muss man an dieser Stelle sagen, was sich verändert hat. 1994, können Sie sich erinnern, Anfang der 90er Jahre, Bundespost wurde zu Telekom, Postbank und Deutscher Post AG und der Mobilfunk wurde damals sozusagen teilweise geöffnet, damals entstand D2 und dieser Ausbau erfolgte marktgetrieben. Das bedeutet, dass an dieser Stelle weder Bund noch Länder Geld dazugegeben haben, sondern dass die Unternehmen in Konkurrenzsituationen miteinander gesetzt worden sind, jeweils eigene Mittel investiert haben, damit eine Infrastruktur aufgebaut haben und die Frequenzen, die sie dafür bekommen haben, haben sie von der Bundesnetzagentur zugewiesen bekommen, mussten dafür teilweise ziemlich viel Geld bezahlen, Sie können sich erinnern, und mussten dieses Geld sozusagen und die Investitionen, die sie in die Infrastruktur gemacht haben, wieder reinbekommen und haben sich dementsprechend zuallererst mal auf die Standorte konzentriert, wo sie die meisten Kunden haben, und das waren in aller Regel die Ballungsräume. Und mit der Frequenzverteilung, Erdteilung, wurden Ihnen Versorgungsauflagen gemacht, und diese Versorgungsauflagen haben dann beispielsweise immer gesagt, und das ist das Problem, dass Sie so und so viel Prozent der Haushalte erreichen müssen, teilweise gab es auch noch Flächenauflagen, allerdings nicht der Länder, sondern der Bundesnetzagentur. Und alle Statistiken, die es gibt, gehen immer aufgrund von Haushalten auf. Das bedeutet, dass wenn Sie beispielsweise jetzt mal den Gutsbezirk Reinhardswald nehmen, das ist viel Fläche, aber null Haushalte, und dementsprechend haben Sie da einen weißen Fleck, keine Versorgung, aber auf der anderen Seite sozusagen eben auch keine Refinanzierungsmöglichkeit. Und deswegen sind alle Statistiken, die es gibt, immer verbunden mit der Frage, wie viel Prozent der Haushalte werden erreicht und nicht, wie ist die Flächenabdeckung. Wir diskutieren gerade auf Bundesebene über den nächsten Schritt, Stichwort LTE, und dort gibt es von der Bundesnetzagentur, das finden wir auch ausdrücklich richtig, beispielsweise Auflagen zur Frage Abdeckung an Verkehrswegen, weil da ja teilweise, wenn man jetzt an ICE-Trassen, an Autobahnen und so weiter denkt, es teilweise wenig Haushalte gibt, aber großen Bedarf. Und deswegen habe ich Ihnen die Zahl der Haushalte genannt und nicht die Zahl der Fläche. Herr Minister, Sie haben ja gerade selber auf das Thema Verkehrswege abgehoben, die ja durch die Fläche gehen und entlang derer ja nicht besonders viele Haushalte sind, insbesondere wenn es sich dabei zum Beispiel um die A5, die durch viele Waldgebiete geht, handelt. Was tut denn die Landesregierung dafür, dass genau da aber die Mobilfunkabdeckung besser wird? Also wir Abgeordneten fahren da ja häufig lang und ich sage mal so, das Telefonieren auf den Strecken ist nicht besonders spaßbehaftet, weil man quasi alle fünf Minuten sich neu einwählen muss, wegen eines neuen Funklobs. Ich habe hier keinen roten Punkt. Ja, okay, da ist er. Herr Minister! Herr Abgeordneter Grüger, da muss man natürlich aufpassen, dass man am Ende nicht Steuermittel dafür ausgibt, dass man die Versorgungsauflagen, die die Mobilfunkbetreiber sowieso haben, am Ende sozusagen mit Mitteln bezahlt, die dafür eigentlich nicht vorgesehen sind. Die Versorgungsauflagen der Bundesnetzagentur beziehen sich auch auf die Verkehrswege. Und dementsprechend, wenn an dieser Stelle die Versorgung schlecht ist, muss die Bundesnetzagentur eingreifen und die Mobilfunkbetreiber aus meiner Sicht dazu bringen, dass sie ihre Auflagen erfüllen. Da hat sie ja auch bis hin zu Strafzahlungen Möglichkeiten. Unser Förderprogramm bezieht sich auf die weißen Flecken, sage ich mal, für die es keine Auflagen gibt. Wenn Sie die Diskussion über Versorgungsauflagen, Stichwort LTE, jetzt sich genau betrachten, stellen Sie fest, dass es Auflagen gibt, was die Verkehrswege angeht. Und dann streitet man sich, ob es 98 oder 99 Prozent der Haushalte sind. Und wir wollen am Ende ein Förderprogramm für das eine Prozent machen, das am Ende wirtschaftlich aus Sicht der Mobilfunkbetreiber nicht darstellbar ist und wollen aber nicht dafür sorgen, dass das, was sie marktgetrieben machen müssen, jetzt durch Steuermittel ersetzt wird. Das ist vielleicht sozusagen der Unterschied. Ich hoffe, es ist klar geworden, worum es geht. Vielen Dank. Die nächste Frage ist die Frage 11.13. Herr Abg. Roth. Um 16 Uhr, der Herr Kreilich. Drückt mal drauf. Ja, danke. Ich frage die Landesregierung, plant sie, die Landespolizei zukünftig personell wieder so auszustatten, dass für alle Schülerinnen und Schüler in Hessen auch an Privatschulen der obligatorische Verkehrserziehungsunterricht mit einer Fahrradprüfung angeboten werden kann? Herr Minister, das Innen. Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Selbstverständlich werden wir die Polizei auch in den kommenden Jahren herausragend gut ausstatten. Wie Sie wissen, aus den Haushalten haben wir uns ja bereits vorgenommen, dass wir einen Zuwachs bei der hessischen Polizei von 11 Prozent haben werden, 1520 zusätzliche Stellen, die wir geschaffen haben in den Haushalten. und die bis zum Jahr 2000 und bis zum Jahr 2000 gar keine haben wir abgebaut, Herr Kollege Rudolph. Herr Kollege Rudolph, Herr Kollege Rudolph, keine einzige Stelle ist abgebaut worden, sondern es sind 11 Prozent zusätzliche Stellen geschaffen worden. Wir werden über 15.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte haben und das ist der absolute Höchstwert, den es jemals in Hessen gegeben hat. Applaus Und damit werden wir selbstverständlich auch, Herr Abgeordneter Roth, in der Lage sein, wie in der Vergangenheit auch, den Verkehrserziehungsunterricht entsprechend anzubieten. Schule und Polizei arbeiten bei der Verkehrserziehung ressortübergreifend zusammen. Die theoretischen Grundlagen werden im Sachunterricht durch die schulischen Lehrkräfte vermittelt. Die Polizei bringt sich mit ihrer verkehrspolizeilichen Fachkompetenz bei der praktischen Radfahrausbildung ein. Hessenweit werden grundsätzlich an allen öffentlichen Grundschulen durch polizeiliche Verkehrserzieherinnen und Verkehrserzieher in fünf Doppelstunden die in der Theorie erarbeiteten Inhalte praktisch geübt. Aber, Sie haben richtig gehört, Herr Kollege Roth, in den öffentlichen Grundschulen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Kinder das Fahrradfahren beherrschen. Auf Anfrage unterstützt die Polizei selbstverständlich auch private Schulen bei der praktischen Radfahrausbildung. Für die praktische Radfahrausbildung wird wie bisher polizeiliches Personal bereitgestellt. Durch nicht vorhersehbare Gründe wie beispielsweise Krankheit, Witterung oder Ähnliches kann es jedoch vereinzelt vorkommen, dass die praktische Verkehrserziehung nur eingeschränkt durchgeführt werden kann. Generell gilt allerdings, dass wir auch in Zukunft dafür Sorge tragen werden, dass die Verkehrserziehung entsprechend stattfindet. In den Schulen, die in privater Trägerschaft sind, ist es für uns eine freiwillige Aufgabe. Dort werden wir es im Rahmen unserer Kapazitäten auch entsprechend in Zukunft versuchen, soweit es irgendwie geht, sicherzustellen. Zusatzfrage, Frau Abg. Geis. Meine Frage ist noch einmal in die Richtung für diejenigen Kinder, die in der Grundschule Fahrradfahren nicht beherrschen. Wie wird denn die Verkehrserziehung für diese Kinder sichergestellt? Also die Voraussetzung für uns, für die hessische Polizei, um die Verkehrserziehung durchzuführen, ist, dass diese Vorkenntnisse existieren. Kinder, die nicht Fahrrad fahren können, müssen zusehen, dass sie es möglicherweise spielen, da die Eltern auch eine Rolle, die man nicht unterschätzen sollte, dass man dafür sorgt, dass die Kinder dann eben auch entsprechend Fahrradfahren lernen. Wir können doch seitens der Polizei, wenn es um Verkehrserziehung geht, nur dazukommen, wenn tatsächlich eine entsprechende Vorbildung stattgefunden hat, wenn die Kinder Fahrrad fahren können. Und dann kann man ihnen auch sagen, wie sie sich im Verkehr entsprechend zu verhalten haben. Zusatzfrage, Frau Kollege Roth. Herr Minister, nachdem Sie in der Antwort, und dafür bin ich dankbar, so unterschieden haben, wo ein solcher Unterricht erteilt wird und wo nicht, können Sie sagen, an welchen Stellen und in welchem Umfang dieser Unterricht denn tatsächlich hessenweit ausgefallen ist? Herr Minister, das erinnern? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Nur, natürlich ist es so, dass wir uns bei der Anfrage Gedanken gemacht haben, wo ist der Hintergrund. Wir haben das entsprechend recherchiert und wir haben dann festgestellt, dass die Schulen, die in privater Trägerschaft von den Kapazitätsproblemen betroffen waren, den Unterricht selbst durchgeführt haben und die Abnahme der Prüfung dann ist durch die Polizei erfolgt. Insofern haben wir uns dort mit den privaten Trägern oder mit den Schulen in privater Trägerschaft zumindest einmal hier in der Umgebung, wo wir das eben wahrgenommen haben, entsprechend arrangiert. Vielen Dank. Das war die Fragestunde, meine Damen und Herren. Was mit dem Rest geschieht, werden wir sehen. Vielen Dank.